Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, gibt es heute ein Projekt von mir und zwar ein Aufbauprojekt, Project MTV so schön heißt. Und ja, ich habe mir gedacht, für die nächsten drei Monate nehme ich mir 90 Artikel vor oder ja 90 Produkte nehme ich mir vor, die ich leer machen möchte, die ich auch brauchen möchte. Es sind Produkte dabei, die sind schon halb leer, es sind Produkte dabei, die sind auch komplett voll, also völlig unterschiedlich. Es sind Badesachen dabei, es sind ein paar Sachen dabei, es sind Deos dabei, Cremes, Masken und so weiter. Und ich bin gerade echt ein bisschen erschrocken, wie viel 90 Artikel sein können. Also ich habe sie einmal in so eine Ikea Box reingepackt, weiß nicht, ob man es hier gut erkennen kann. Und ja, es ist wie gesagt eine Menge, also ich hätte nicht gedacht, dass 90 Produkte ja wirklich so viel sein kann. Und wer meinen letzten Haul nämlich schon gesehen hat und auch meine Unboxings von den Adventskalendern wird gesehen haben, dass ganz viele neue Produkte eingezogen sind. Und ja, deswegen muss auch einfach irgendwas mal ausziehen. Und deswegen möchte ich einfach mit diesem Projekt starten, weil viele von den Produkten habe ich schon eine ganze Zeit lang bei mir hier rumstehen, rumliegen, zu denen ich immer mal wieder nicht greife, also die ich einfach auch mal stehen lasse. Und ja, es sind einige Herausforderungen dabei, sind volle Produkte dabei, sind halb leere Produkte dabei. Es sind Produkte dabei, die brauchen sich schneller auf, wie jetzt Duschgel oder so. Es gibt aber auch Produkte, die brauchen sich nicht so schnell auf. Hier zum Beispiel so ein Haaröl oder so Bodylotions. Da bin ich meistens immer ein bisschen cremfauler oder auch so Body Sprays. Das ist auch jetzt halb leer in dem Falle, aber es dauert halt einfach, bis ich das aufbrauche. Ja, genauso habe ich hier auch so ein paar Pröbchen von Produkten dabei. Ja, Masken zum Beispiel noch aus dem letzten Jahr, also die ich hier praktisch gesammelt habe. Ja, hier habe ich noch so Tuchmasken aus dem letzten Jahr. Fußmaske, die ich irgendwie seit einem Jahr immer dran vorbeilaufe praktisch und die ich mache, obwohl ich die eigentlich richtig gut finde. Aber irgendwie bin ich gerade, was so Füße angeht, immer ein bisschen fauler unterwegs, also mache ich irgendwie nicht so gerne. Es sind Deos dabei, die sind jetzt, also da ist noch ungefähr zwei Drittel drin, hier ist die Hälfte raus. Ja, dann sind auch so Pröbchen dabei. Auch hier nochmal so ein Haarprodukt, was jetzt so ungefähr, ja, so knapp, knapp zwei Drittel raus sind. Hier nochmal so Pröbchen. Ein Parfüm habe ich jetzt hier mal mit dabei, weil man immer sagen muss, da ist auch noch viel drin, also dieses Aquacolonia. Das Ding kann man aber trotzdem ganz gut aufbrauchen. Ja, ein Duschgel, was irgendwie ganz hinten in der Ecke gelandet ist, obwohl es eigentlich schon ziemlich leer ist. Und ich liebe es eigentlich auch, also ich weiß gar nicht, warum das bei mir so weit hinten gelandet ist. Aber auf jeden Fall, das ist auch mit hier reingekommen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich es schaffen werde oder auch nicht. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich 90 Produkte aufbrauchen kann oder nicht, würde mich mal sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir machen dann praktisch noch zwei Updates. Einmal Ende Oktober, einmal Ende November. Und dann das Finale ab Ende Dezember. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Kiste leer werden wird oder nicht. Ja, das zuviel zu diesem Video. Ich werde mir jetzt noch alle Produkte einmal mit irgendeinem Sticker oder so markieren, damit ich weiß, was da drin ist, weil alles irgendwie so ein bisschen verteilt hier ist in der Wohnung. Und ja, nicht immer alles gleich aufgebraucht werden kann. Deswegen, ja, markiere ich mir die Produkte einmal, damit ich weiß, nächsten Monat, was ich nochmal zusammentragen muss. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf dieses Projekt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und euch interessiert, ob ich das Projekt schaffe oder nicht, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!